Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Hey, endlich geht es mal wieder normal in der Saison so halbwegs los. Was heißt, es ist trocken, man kann endlich mal wieder auf den Hometrails was machen. Ich bin jetzt mal nicht mit der Drohne unterwegs, das macht jetzt bei dem Wetter mit nicht ganz so viel Sinn. Aber die Verhältnisse hier sehen alle schön trocken aus. Hier auf den Hometrails wurde ein bisschen was gemacht. Es sind neue Sprünge dazu gekommen. Es wurden Sprünge vergrößert und mal gucken, was heute am Anfang von der Saison gleich geht, was ich mich heute schon gleich traue. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch mit auf die kleinen Strecken hier. So, 2021 kann so langsam richtig losgehen und wir fangen jetzt einfach mal mit dem kleinen Holztrop hier an. Das ist anfahren ist ein bisschen schwierig. Der wurde ein bisschen verändert hier. Servus. Das passt ja. Hi. Ich bin jetzt mal. Ne, den nehmen wir heute noch nicht. Und so sieht das dann aus, wenn man den Sprung macht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und den Sprung und den nehmen wir auch noch mal. Und der klappt auch. Und den mag ich nicht. So, und den Sprung machen wir auch noch mal. So, und den Sprung machen wir auch noch mal. Das war's. okay da sind wir leider schon wieder am ende angekommen es wird dunkel so nach feierabend hat man nicht so viel zeit aber die eine stunde sollte man sich nehmen um spaß zu haben geht schon so langsam wieder gut los die sprünge klappen die größeren kommen dann im laufe der zeit und wenn euch das ganze gefallen hat lasst daumen nach oben da ich freue mich über einen kommentar kommentar und seid ihr neu bei mir auf dem kanal dürft ihr den gerne unten kostenfrei abonnieren und ich sag dann einfach mal bleibt gesund und bis zum nächsten mal tschüss